Und? Hast du noch dran? Ja, freilich. Spiel mit ihm, Baby, spiel mit ihm. Alter, guck dir mal die Augen an. Das muss ein Riesending sein. Was sagst du noch zur Rie? Du hast endlich mal ein Ding an der Angrabe. Ja. Oh shit. Oh, was ist das? Rochen? Rochen leckt mich doch am Arsch. Leckt mich doch am Arsch. Den machst du ab, Mann. Du weißt ja, wie der Krugler-Hunter-Dings gestorben ist, ne? Durch so einen Scheißrochen. Ach, du heilige Scheiß. Da hast du gesagt, nein, 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 nein. Lass das Ding los. Das war eigentlich mal ein bisschen. Man, das dauert hier alles ein bisschen zu lange. Was ist denn mit dir los? Das ist ja viel für eine Powerart, Alter. Da ist der in seinen Stachel. Oh, ich krieg nicht raus, Mann. Da sitz ich voll im Sand irgendwie fest oder so. In so einem Fall brauchen wir Handschuhe, Mann. Oh, die Stachel, die gehen, ey, das ist eben durchs Herz gegangen, ne? Oh shit. Oh shit, angeln's kaputt. All. All. Scheiße. Okay, Video out in, warte mal, erstmal so ein Nahdinger. Was ein Apparat. Leck mich doch am Arsch. Crocodile-Hunter wäre stolz auf uns gewesen. Okay.